Hallo zusammen. Yes Mallorca Immobilien ist da. Heute besprechen wir, wo und wie teuer können Sie eine preiswerte Immobilie auf Mallorca kaufen. Sind die Erzählungen, dass jemand eine perfekte Wohnung in Palma für 50.000 Euro oder ein Haus in Nordmallorca für Hunderttausenden Euro gekauft hat, eine Wahrheit oder ein Marketing-Schritt? Lassen Sie uns zunächst definieren, was eine billige Immobilie für Mallorca heißt. Heute kostet ein Quadratmeter Wohnfläche auf der Insel 3.353 Euro. Gleichzeitig sind Immobilien in Central Mallorca fast doppelt so teuer, zum Beispiel in Felanix und Inca kostet ein Quadratmeter etwas mehr als 1.500 Euro und sogar in einigen Standorten von Palma finden Sie Wohnungen, in denen ein Quadratmeter 1.800 Euro kostet. Die Hauptsache bei der Suche nach preiswerten Immobilien ist zu wissen, worauf Sie achten müssen, die richtigen Standorte zu wählen und einen guten Makler zu finden. Und damit Sie verstehen, wie ernst es ist, schauen wir uns ein Beispiel für billiges Wohnen an. Na, wie gefallen Ihnen diese Aufnahmen? Sind Sie beeindruckend? Übrigens wird dieses Haus für 100.000 Euro verkauft. Um solche Situationen zu vermeiden, gehen Sie auf den Link unter dem Video und lesen Sie aufmerksam, wie Sie Betrug beim Kauf von billigen Wohnungen vermeiden können, welche Dokumente Sie unbedingt überprüfen müssen und warum Sie einen Ingenieur bei der Inspektion von billigen Villen und Häusern einladen sollten. Geben Sie zuerst ehrlich zu, was Sie ablehnen können. Der Meerblick, die Nähe zum Strand und den Verkehrsknotenpunkten, die Pools und Aufzüge, der Platz auf dem überdachten Parkplatz im Haus, all dies erhöht den Immobilienpreis. Wenn Sie bereit sind, diese Punkte abzulehnen, können Sie beim Kauf sparen. Und Sie können auch auf die Größe und Anzahl der Schlafzimmer sparen. Alte Häuser sind oft billiger, aber es ist notwendig, alles zu überprüfen. Möglicherweise müssen Sie für Reparaturen Geld aufwenden, daher lohnt es sich, die möglichen Kosten im Wohraus zu bewerten. Mit welchem Budget sollen Sie anfangen? Um ehrlich zu sein, für weniger als 100.000 Euro ist es unrealistisch, etwas auf Mallorca zu finden. Also, wenn Sie diese Menge haben, kann ein Apartment in Palma mit einer Fläche von 70 Quadratmetern mit 1 bis 2 oder sogar 3 Schlafzimmern Ihnen angeboten werden. Allerdings wird es sich im Bereich der Kreisstraße befinden, die Häuser sind denn ziemlich alt und ohne Aufzug. Wenn Sie es versuchen, können Sie interessante Investitionsmöglichkeiten in der Nähe des Meeres, manchmal in der ersten Linie, finden. Zum Beispiel in Arenal oder in den östlichen Teilen der Insel, Porto Cristo, S.A. Coma und Kala Millor, können Sie Einzimmerwohnungen mit einer Fläche von 50 Quadratmetern finden. In der Hochseison werden Sie für 2.000 Euro pro Monat vermietet. Aber es gibt wenige solche Angebote und Sie werden schnell genommen, also seien Sie bereit, in 1 bis 2 Wochen eine Entscheidung zu treffen. Für 150 bis 200.000 Euro gibt es schon mehr Optionen, aber es sind hauptsächlich Wohnungen und Appartemente. Für diesen Preis werden größere Reparaturen und große Investitionen erforderlich sein. In unserem Katalog gibt es jetzt mehr als 1000 Objekte mit wettbewerbsfähigen Preisen. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und wählen Sie aus. Und am besten, mich zu schreiben oder anzurufen, und ich werde Ihnen die beste Option wählen. Wenn Sie mehr über Mallorca und die Geheimnisse des Kaufs von Immobilien auf der Insel erfahren möchten, abonnieren Sie unseren Kanal und geben Sie uns Like. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im neuen Video.